Eine interessante Alternative in der Klasse der kompakten SUV bzw. Crossover ist der modifizierte Suzuki SX4 S-Cross. Das Fahrzeug ist nach dem Facelift mit dem neuen mächtigen Kühlergrill zwar optisch auffälliger, aber der alltagstaugliche und solide Charakter bleibt erhalten. Das bedeutet, dass auf 4,30 Meter Länge ordentliche Platzverhältnisse angeboten werden. Sowohl auf den gemütlichen Vordersitzen als auch auf der Rückbank gibt es keinen Anlass für Beschwerden, bis auf die Kopffreiheit hinten für Großgewachsene. Der Kofferraum ist sehr gut zugänglich und einfach zu vergrößern. Das Volumen reicht von 430 bis 1269 Liter. Bei umgelegten Rücksitzen bleibt ein leichtes Gefälle. Der Kofferraumboden lässt sich herausnehmen für noch mehr Stauraum. Das Cockpit ist konservativ gestylt und man findet sich daher schnell zurecht. In der Mitte des Armaturenbretts ist das so zucketypische Touch-Display zur Bedienung von Navi, Smartphone etc. verbaut. Darunter befindet sich die Steuerung für Heizung und Lüftung. Es gibt ausreichend Ablagemöglichkeiten und Becherhalterungen. Auch größere Getränkeflaschen haben in den Türen gut Platz. Der Testwagen ist mit dem neu ins Modellprogramm genommenen 1,4 Liter 140 PS Turbobenziner ausgerüstet und bietet ansehnliche Fahrleistungen mit einer Spitze von 200 kmh. In der hier gefahrenen All-Grip-Version ist der Sprint von 0 auf 100 in 10,2 Sekunden möglich. Im durchaus flott gefahrenen Testbetrieb genehmigte sich der SX-4 S-Cross im Schnitt 7,4 Liter auf 100 km. Das Fahrverhalten ist genauso unauffällig wie das Auto insgesamt. Eine bessere Alltagsempfehlung gibt es ohnehin nicht. Der SX-4 S-Cross spricht wohl vor allem solche Kunden an, die höher sitzen und viel Stauraum haben wollen, ebenso wie unkomplizierte Bedienung. Der Testwagen mit knackigem 6-Gang-Schaltgetriebe und All-Grip-Allradantrieb, der sich je nach Bedarf zuschaltet bzw. auch über verschiedene Fahrprogramme steuern lässt, kostet in der Top-Ausstattung Flash 26.790 Euro. Dabei sind zahlreiche Annehmlichkeiten serienmäßig inkludiert, etwa Ledersitze, adaptiver Tempomat, Audiosystem mit Navi und Bluetooth, sieben Airbags oder das elektrische Panoramaschiebedach sowie weitere Features. Preislich besonders interessant ist das Einstiegsmodell Clear mit dem 112 PS starken 1 Liter 3-Zylinder-Benzinmotor. Da ist man schon um 16.990 Euro dabei und selbst Klimaanlage und rundum elektrische Fensterheber sind im Preis inbegriffen. Suzuki bietet nun übrigens 5 Jahre Garantie. Weitere Impressionen zum überaus empfehlenswerten Suzuki SX-4 S-Cross nun noch in einem unkommentierten Zusammenschnitt. Ausatmen ist ein Montage-Greis kann man mit einer Kansage-Benzinmotor. Während seine Kansage-Benzinmotor ist ein feiro, kann sich nicht mehr so dasselbe wie immer was. Also, sollte man sich die Kansage erneut. Das war das keine Kansage aus nach dem Kansage der Kansage. Da ist man sich schwer. Persönlich Nerede im Augenblick auf erläutern und in einem bloodstream Allen-Ton. Abenteuerung wird das Kansage-Benzinmotor und die Kansage. Die Kansage-Benzinmotor ist das Kansage. Die Kansage-Benzinmotor ist das Erste, kann sich um 6 Jahre in unserer Kansage. Musik Musik Musik